und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am sonntagabend etwas später als sonst weil ich da noch was vor hatte zu hardcore colonisation schön dass ihr da seid trotz später uhrzeit na gut es ist 19 uhr die meisten von euch haben wahrscheinlich gerade das sandmännchen geguckt oder eigentlich müsstet ihr jetzt das sandmännchen gut schwierig schön dass ihr da seid wir werden heute weitermachen mit der minmus tanke kommt dieses vogelgezwitschern nur mir so laut vor wahrscheinlich kommt nur mir das so laut vor das ist ja fürchterlich laut so und ich sage erst mal ganz liebes hallo an alle die schon da sind nämlich an den mickey an den neo an den falk an karl ist an jack ferlo charabel pablone submarine one den minoran divico mimir yoyongs den major spanga den darjin den lebayen nikolai den explodot den hugo el kuros pacman galime phantom zermedis ich darf nicht so spät anfangen zu streamen da seid ihr ja alle schon da und ganz liebes dankeschön an nebayem für den resub im siebten im siebten monat aussprache ist wichtig und an explodot für den dreißigsten monat schon der druck der druck wird langsam real mir für die 36 monats hab was überlegen zu müssen explodot bringst mich in zugzwang und aaron thomas vielen dank fürs follow damit sind wir jetzt ganz offiziell bei 3.099 follower nicht dass ich für follows baiten würde aber der nächste follower kriegt von mir ein sub geschenkt um die 3.100 zu feiern also wenn ihr noch nicht gefollowt habt jetzt ist ein guter zeitpunkt was machen wir heute wir werden heute an unserer minmus rakete weiterbauen wir haben letztes mal für die minmus tankausflüge an einer rakete konzipiert bei 36 monaten wird was tolles fällig ja das stimmt das stimmt follow incoming ja welcher dir kann ich leider keinen sub schenken denn die musst du ja so schon abschließen aufgrund der vertraglichen regelungen die wir da miteinander führen so habe ich das jetzt laut gesagt major und ich mögen uns eigentlich gar nicht aber wir haben da so ein deal miteinander so da sind wir das letzte mal stehen geblieben meiner meinung nach war das relativ fertig aber wir gehen das gleich noch mal durch ob das alles soweit passt und dann müssen wir das ganze ding natürlich noch auf eine rakete schrauben und fachgerecht richtung minmus abtransportieren fliegender weise so sieht das ganze aus wenn es fliegt so sieht das ganze aus wenn es landet wir haben das landen auch schon getestet also wir draußen stehen schon getestet weil diese komischen schlabberbeine nenne ich sie mal die hatten mal so ihre probleme in der alten version das scheint jetzt aber gelöst zu sein und eine sache die mir aber noch optisch auffällt und das gerade sehe ich ich möchte euch mal einen optischen vorschlag machen auch wenn das auch wenn das ein bisschen bisschen wöller artig ist aber es ist nicht so richtig schlimmes klippen ich finde es optisch ja mit dem direkten übergang in diese folie ehrlich gesagt ein bisschen schöner was sagt ihr ich finde so so hat das was also so gespricht mit das optisch einfach doch stärker an so spricht mich das optisch doch stärker an und nikolai vielen lieben dank für den resub auch bei dir schon im siebten monat dankeschön dankeschön genau rekapitulieren was wir haben also plan ist es ein zwei personen raumschiff bereitzustellen ich hier zu erkennen current zwei personen dieses raumschiff soll zwischen dem der minmus oberfläche einstellen hilft zwischen der minmus oberfläche und der raumstation im körben orbit jetzt kommt der wichtige punkt im körben orbit hin und her fliegen und sprit transportieren dafür hat es hier einen sogenannten rts 1 gartenschlauch nennen wir das auch und noch mal zwei tanknupsis auf der anderen seite je nachdem wie rum wir arbeiten wir haben dann quasi vier außen gondeln die jeweils aus fuel tanks bestehen wenn ich die zu machen haben wir noch 285 delta wie das ist natürlich nicht so viel müssten also dann mit diesem sprit und mit diesem sprit arbeiten um diesen sprit hier bewegen zu können was dann wiederum so grob im kopf überschlagen bei 1600 liquid fuel endet 1620 wenn wir klein sein wollen die wir transportieren können mit den delta wie zahlen das sieht ganz gut aus wir brauchen glaube ich auch nicht wirklich 1473 um zurückzufliegen aber kleinigkeiten und diverse andere systeme wurden noch angebaut aber jetzt erstmal bevor ich es nachher wieder vergesse in meinem redeflash etienne vielen dank für den 26. monat in folge resub dankeschön so das mussten wir kurz mal einstreuen weil wir wissen alle dass ich es in fünf minuten vergessen habe da muss man so ehrlich sein was war die frage was eigentlich dieses vip für hunderttausend dingsbums das ist dieser diamant ach major hat schon geantwortet sehr schön major hat schon ein vip status also wenn man das einlöst dann allein ich habe die iss auch schon auf twitter gesehen charabel du darfst du das nicht zeigen du darfst du das nicht zeigen okay ich muss jetzt draufklicken genau so diamant auf jahreszeit jahreszeit auf lebenszeit um mitzunehmen oh nein sie bauen sie wirklich ne ah wie teuer will ich es wissen 70 euro ist der vip status von major berechtigt er ist nicht bezahlt major ich erwähnte vorhin ja das geschäftliche die geschäftliche vereinbarung major hat bei mir vip status dafür haben wir den deal dass er mir folgt damit mir endlich auch mal ein partner folgt das ist halt dass das ist der deal der dahinter liegt das ist der deal der hinter liegt so ich habe das gefühl dass das mikro ein bisschen viel gain hat was sagt ihr ich sag ein bisschen viel ich sag ein bisschen weniger schadet nicht so genau das ist der das ist der deal 70 ist aber okay ich hatte jetzt irgendwie mit ein paar hundert euro gerechnet scheint dann aber nur ein kleinerer bausatz zu sagen schadet man einfach ein bisschen klebstoff dazwischen dann ist die so stabil und so verkaufst du deinen körper falk ich verkaufe nicht nur meinen körper wenn du wüsstest was ich alles verkaufe aber ich wollte halt auch mal mit jemandem zu tun haben der ein abitur geschafft hat so deshalb hat er vip status geregt der rest von euch muss das leider bezahlen der rest von euch hat ihn dann aber im gegensatz zum major auch verdient so genau wir wollten das raumschiff weiter durchgehen aber da hat schon wieder jemand gesagt was sind hier los mit euch bäckchen 29 monat alt totally can feel the thunder coming auch ganz knapp vor der 30 und hugo schön dass du mal wieder zeit gefunden hast und danke für den result dankeschön so sechs monate sind beim hugo auch schon voll damit ist er jetzt in die silberklasse aufgestiegen mit seiner rakete ihr hört jetzt einfach mal eine weile auf zu submen und zu followen und ich erkläre kurz die rakete fertig wenn ich durch bin könnt ihr wieder irgendwelche sachen machen so also ich habe licht angebaut ich habe ein docking port angebaut ich habe eine antenne angebaut wir haben hier ein inventory safe da könnte man auch noch so was wie ein schraubenzieher gleich reinlegen wir haben warnleuchten für unseren abstieg dass da keine unfälle passieren wir haben ein habitation bereich den wir nutzen können um knapp 172 tage habitation aufzubauen und um gut 172 tage habitation aufzubauen darunter haben wir ich möchte kurz auf diese leiter hinweisen einfach nur damit ihr sie gesehen habt ich mache sie auch wieder zu darunter haben wir ein us storage bereich ich mache jetzt mal alles auf gedacht ist dass nur die secondary base deployed werden aber ich zeige es euch trotzdem hier ist essen 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 und zwei recycler wenn man jetzt nur die ich wollte euch noch mal zeigen was alles drin ist insgesamt noch mal als zusammenfassung leute so werde ich niemals fertig wirklich dieses haben das hat noch niemanden vorwärts gebracht ihr müsst aufhören damit ihr müsst aufhören so deploy secondary base so das ist nämlich so gedacht dass man halt nur die secondary base aufmachen kann um an die recycling module ranzukommen das sind zwei recycling module also für die zwei kürbis noch mit drin die wir aktiv betreiben können um den dreck dieser kürbis zu recyceln wir haben hier solarpanee check 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 so dann haben wir sehr große landelichter und drunter unter jedem links und wir haben lande beine wir haben natürlich auch ein triebwerk gardena gartenschlauch stecksystem hatte ich schon erläutert und borki vielen dank für den resub auch im sechsten monat damit borki auch in der silberraketenkategorie angekommen ganz viel spaß haben natürlich nicht zu vergessen diese ganz hervorragende batterie die wir dazwischen haben um einige zeit strom speichern zu können falls wir mal auf der dunklen seite von irgendwas unterwegs sind so jetzt trinke ich erstmal schluck das war sehr viel zu reden glücksflossen sehe ich auch nicht erstens kommen glücksflossen an die raketen ran zweitens finde ich dass ich das hier optisch als glücksflossen qualifiziert qualifiziert gibt es irgendwas nach der goldenen jenks sagen wenn ich du kannst mal zum twitch support schreiben nach der nach der goldenen rakete hier als batch gibt es bei mir nichts mehr weil ich nur eine verliebt bin aber du kannst twitch natürlich gerne eine mail schreiben ich glaube partner support at twitch.de oh god und band und ihnen empfehlen dass ich partner werden müsste und du schreibst einfach nur rein denn er ist sehr gut schreibt einfach nur rein denn er ist sehr gut genau dann kann ich hier im stream auch andere symbole haben ansonsten von mir gibt es wie gesagt ja nach zwölf monaten und nach 24 monaten gibt es den das sind spezialeffekte deshalb wackelt es und macht geräusche so gut drei nachrichten wurden von einem moderator gelöscht herzlichen glückwunsch das hat ja gut funktioniert das hat ja gut funktioniert denn er ist sehr gut so twitch.tv falsche domain clips.twitch.tv naja gut also soviel zu der rakete wir haben glaube ich auch schon ein bisschen auto struttet haben wir ich überlege ob es hier nochmal so ein dezentes echtes strutt brauchen könnte ganz dezentes ganz dezentes was keiner sieht also keiner ist jetzt auch übertrieben wenn man natürlich weiß wo man gucken muss wird man das natürlich sehen dass wir hier einfach noch mal so ein bisschen verstärkend eingreifen was gerade machen ist hier wir machen das ganz unauffällig wir machen es so das sieht doch gar nicht schlecht aus wie festgeschraubt wow design hashtag design so worum geht es heute wir müssen den fuel transporter für minmus fertig stellen und dahin bringen wo er hin soll und natürlich noch ein zwei freiwillige aussuchen die auf dieser mission arbeiten essen ist auch genug drin habitation ist genug im prinzip braucht es nur eine rakete das ding wiegt jetzt allerdings soll man jetzt hier mal sagen mache erstmal leer also ich mache jetzt mal die die tank tanks leer achso wir sollten noch mal wegen trust weight ratio gucken ne so schubgewicht verhältnis der ganzen geschichte ist bei 2,46 auf minmus major niels ist glaube ich nur ein kolonist der kann nix ich brauchen ich brauchen piloten und engineer das hilft alles nix aber erstmal machen die rakete noch fertig so 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 2,5 meter du wurdest mir von dem prophet empfohlen also dachte ich mir schon mal rein entschuldigung welcher prophet hat mich empfohlen also jesus mohammed andere propheten ich weiß nicht also es freut mich sehr dass dein prophet mich empfohlen hat ich kenne ihn allerdings nicht persönlich dankeschön und schön dass du hier bist so die kappler die kappler bei der kompatibilität mozla kompatibilität für 1617 und 18 habe ich aktiviert damit das funktioniert okay ich hatte gehofft ich komme um die adapter plate irgendwie rum aber es war dumm das zu hoffen weil einfach was ich habe ein lebensecht eingebaut im sinne von er kann nix ah jetzt ja okay der witz hat ein bisschen gebraucht bis er bei mir zündet das ist aber oft der fall ach ne jetzt zappelt das hier rum ist es jetzt hier jetzt muss ich nochmal kurz checken ob wir ein problemchen kommen okay also jemand der folgt und prophet heißt und mega fernbois verdammt ich habe gedacht ich bin endlich in den kirchlichen kreisen angekommen aber aber auch so es schön grüß ihn lieb von mir und danke dank ihm nochmal für die empfehlung So, oder clipp ihm das einfach, was ich gerade gesagt habe, dann freut er sich bestimmt. Und von mir muss man kein Mega-Fanboy sein, ich kann ja nicht mal richtig Raketen bauen. So, jetzt müssen wir das hier nochmal ein bisschen nach oben packen. Apropos Mega-Fanboys, ich werde mir Mühe geben, noch im Januar einen Termin zu finden für das nächste Treffen in Speyer dieses Jahr. Ich vermute mal irgendwo wieder so im August, August-September, also Spätsommer. Die Jahreszeit war ganz gut, glaube ich. Und ich werde denen bekannt geben, dass ihr schon mal eure potenzielle Urlaubs- oder Reiseplanung aufnehmen könnt, wann wir uns das nächste Mal treffen werden. Und uns diesmal, Spoiler-Spoiler, Buran-Shuttles angucken. Also zumindest ein Demo-Träger davon. Yeah. So. Das ist keine richtige Wissenschaft, hat mal einer gesagt. Ja, ein bisschen zusammenstecken. Bitte nicht. Walz von der Pfalz, genau. Also die Idee ist da natürlich, in das Museum zu gehen und sich vor allen Dingen den ganzen Raumfahrt-Stuff anzugucken. Gut, ähm, das haben wir. Dann bauen wir mal, jetzt müssen wir mal gucken, Masse sind wir bei 31 Tonnen. So, äh, ich gucke mal kurz, ob ich mich der Illusion hingeben kann, das hier in Fairing zu packen. Ich habe so eine Vermutung. Also in 2,5er wird es wahrscheinlich eh nicht. Nope. Die Frage ist jetzt, machen wir da, 3er Fairing Dawns. Holy shit. Aerodynamisch mindestens mal bedenklich. Das sagte ich gerade, das Wann werde ich noch bekannt geben. Ich hoffe im Januar. Hm, ich denke aber irgendwo spielt es nochmal. So, jetzt brauchen wir, was ist das für eine? Das ist zu klein. Ich bräuchte mal irgendwas, was uns wieder auf eine sinnige Größe zurückführt. Das wird, glaube ich, die mit Abstand eigenartigste Rakete seit doch längerer Zeit. Ähm, weil ich würde gerne auf einem 2,5er System zu Ende arbeiten. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung ist. So, 1.104 Delta V... Fliegt sicher wie eine 1. Nein. Bitte nach dem Abitur, also Februar. Äh, ja, äh, wenn Februar dein Abitur ist, sind wir safe später unterwegs. So, das wäre die Orbitals. Wie tallst du für die ein Schubgewicht verhältniss von... Ähm... 0,47 hat. Das kann man schon mal machen. Ist aber... Da müssten wir jetzt eine ziemlich gut arbeitende Unterstufe hinbauen, ne? Hatten wir nicht... Ich halte für das Gewicht noch nichts wiederverwendbares. Meh, 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 meh. Wir müssen echt mal gucken, dass wir noch in der... Ich werde das nicht kommentieren. So. Ähm... Aber ich habe herzlich gelacht. So. Ansonsten bände ich bitte selber. Oh, Mann. Gut. Ähm... Gucken wir mal, ob ein Mainsail genug Druck dahinter hat. 1,23 aufs C-Level. Das sieht schon mal gut aus. So, dann sind wir bei... 1,6... 2,7... Da fehlen uns noch knappe 1000. Die würde ich jetzt probieren, tatsächlich über einen Booster zu machen. Ich komme gerade mit euren Diskussionen nicht so gut mit. Ich werde jetzt erstmal die Rakete fertig bauen, bevor ich mir euren Blödsinn wieder durchlese. Das lohnt sich nicht. Ich muss ja hier nicht vorgeben, dass es mich interessieren würde. Das habe ich so lange nicht gelesen. Äh... So. Zack. Zack. Und wir hatten nämlich zwei... Relativ große Booster freigeschaltet. Waren das die hier? Oder nehmen wir mal die... Ne, das sind die Kickbacks. Das ist... Das kennen wir schon. Bis später, Bäckchen. Äh... Crazy, das würde ich ganz sicher nicht tun. Definitiv nicht. Das steht aber, glaube ich, sogar in der Bedingung drin, sich da ein bisschen zusammenzureißen bei der Namensgebung der Raketen. Aber das... Aber das kann ich safe ausschließen. So. So. Könnt ihr das bitte lassen, Leute. Äh... Ich versuche hier... Ich versuche hier ernsthafte Raketen zu betreiben und ich bin heute scheinbar für infantile Witze ein bisschen anfällig. Also bitte. Bitte tut das einfach nicht. So. Äh... Zack. Autostratch. Wenn wir auf C-Level... Heute, ja. Okay, Bäckchen zugeben. Wolltest du nicht in Lurk, Bäckchen? Geh doch, geh doch bitte. Geh doch bitte in dein Lurk. 1,76. So, 1,4 sollte ganz gut passen. Ich mag diese Booster. Das hat irgendwie was. Die haben... Die haben ganz schön Druck dahinter. So, jetzt müssen wir mal schauen. Auf Vakuum sind wir dann bei 3700. exakt da, wo wir hinwollten. Perfekt. Per-fek-to. Per-fek-to. Gut. Ähm... Flügelz. Ein paar Steuerflächen. Die werden nicht schon. Und... Was ich jetzt überlege, das ist natürlich alles schon auf der Aerodynamik-Ebene mindestens mal mittelschwer gefährlich. Wollen wir... Wollen wir eine Abbruchmöglichkeit schaffen? Ich überlege tatsächlich gerade, ob wir... Ob wir nicht dafür sorgen, dass wir die Leute retten können. Die sich das das erste Mal antun. Ah, es sind halt auch gleich 2 Tonnen, ne? 1,57 Tonnen. Ist das ein Zweier? Ja, das ist ein Zweier. Sehr gut. Wisst ihr was? Wir machen das so. Pass auf. So. Hat er eine Tür? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir bauen uns ein... Ein kleines Launch-Escape-System. Oben drauf. Und das wird dann später einfach abgeworfen, wenn wir es nicht mehr brauchen. So. 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 sehr schön guck mal so haben wir so haben wir die option Launches Kit zu machen also Abort ist Deploy Faring Andock oder D-Couple ich nehme einfach beide sie mit rein und Activate Engine ich habe ein Launchescape System gebaut Freunde das war einfach oder? so dann können wir da wahrscheinlich noch das Monoprop rausnehmen das braucht kein Mensch so und dann setzen wir nämlich die Kerbils da oben rein und wenn irgendwas schief gehen sollte sprengen wir den Pot einfach ab und schießen ihn mit den Sepatrons weg sagt die Hoffnung stimmt Adlan wollte ich auch noch sagen weil das steht nicht in den meisten Launchlisten drin am 18 das ist ich glaube Samstag Samstag nächste Woche müsste das sein gibt es den Flightaboard Test von der Crew Dragon wie heißt der da oben jetzt? Pro Toys von der Crew Dragon und da werden wir eine Falcon sehen seit langer Zeit mal die gar keine Beine oder Waffeleisen und so mit dran hat weil die auf jeden Fall kaputt gehen wird oder nicht landbar sein wird weil sie ein Flightaboard testen müssen und dafür gibt es den Start voraussichtlich am Samstag ich werde da aber auch nochmal darauf hinweisen ob ich streamen kann weiß ich noch nicht kann ich nicht versprechen so jetzt brauche ich noch ein paar die sich freiwillig melden der Damon hat schon hier geschrien ich brauche also ich will einen Engineer auf jeden Fall mitnehmen und ich überlege tatsächlich ein Pilot mit einem Erfahrungsstern wäre natürlich nicht übel ein Pilot mit einem Erfahrungsstern wäre auch nicht übel Zermidis ja willst du dir das antun? was mit deinem Superkörbel der alles kann crazy äh du bist Quartermaster du kannst nicht fliegen du kannst Leute anleiten auf Stationen Geld zu verdienen das ist fast so gut wie Major der ist nämlich Kolonist wo ist er? ich habe ihn noch letztens irgendwo gesehen ja Major Kerman ja 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 ok also Damon macht den äh den Engineer und kriegt seine erste Flugerfahrung und der Zermidis wird ihn fliegen weil dann haben wir ein paar grundlegende Manöver zumindest mit dabei und Zermidis kriegt dann durch die Minmus Landung auch seinen zweiten Stern wahrscheinlich ähm wir nehmen einmal Schraubenzier mit falls irgendwas ist und einmal so Notfall Solarpaneele sowas Schlaues fällt mir im Moment nicht ein das war ja auch gar nicht mit dabei Mimi ich glaube du bist im Einsatz ich glaube du bist im Einsatz das können wir gleich mal gucken ich meine du bist schon mit dabei aber ich glaube du bist im Einsatz ich wäre ziemlich sicher dass du schon dabei bist du warst ja relativ früh mit einem Start so Staging müssen wir nochmal äh in den Griff bekommen und dann geht's los Mimi erinnert mich da später mal nochmal dran wenn wir was Achtung falsche Sitzplätze ne achso ich hab sie oben reingeschmissen ja stimmt ich wollte sie unten reingeschmeißen zack da muss man halt dann im Falle der Explosion schnell umsteigen das geht schon so Rakete 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 Booster weg noch mehr Rakete äh Fearing auf bla yo oder was so ich denke ich denke nicht dass ich euch umbringen würde eine grandiose Chance wenn ihr der Rakete noch einen Namen geben wollt falls ihr noch irgendwie sinnlos diese Booster machen richtig was her richtig übertrieben die Dinger ein Launcher bochen zuerst aha ohne Fallschirm dafür mit Piloten ja genau so machen wir das hier im Regelfall gut ich hab noch mal den Mate-Tanken abgefüllt eigentlich kann ja nichts passieren ich bin ich bin unbesorgt nein Major nein so der Atlan hat sich auch einen eigenen Körbel geschossen ich werde mal gucken dass ich nächste Woche wieder die Sachen auf arbeite sicher dass du Fallschirm und Booster zünden möchtest ähm ich mach den Abbruch nicht über äh den über Staging sondern über die Abort Action Group und äh da oben ist meine Müll Action Group die in der der ganze andere Kram ist das mach ich nachher händisch weg gut hier Freunde dann lasst uns das Boot nach Minmus bringen hoffentlich oder alle töten wir werden sehen also wie gesagt mein mein äh Escape Knopf ist der hier ich nutze ihn viel zu selten also Gott sei Dank nutze ich ihn viel zu selten aber dafür finde ich ihn halt super deshalb los geht's wartet 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 ich muss noch Schub geben das muss ich unbedingt mal umstellen das konnte man hier irgendwo einstellen oder mit wieviel Schub man startet ist das irgendwo hier ich meine irgendwo gab's das aber ich muss hier nochmal im Spielmenü gucken irgendwo in den Game Settings ist das drin Donomo vielen lieben Dank für den Reset im vierten Monat und jetzt starten wir in Richtung Orbit hoffe ich zumindest ab geht's ein bisschen unangenehme Geräusche gemacht auf den ersten Schlag arbeitet auch ziemlich na gut schauen wir mal also die ersten paar Meter haben wir schon mal geschafft ohne jemanden umzubringen ich trockle jetzt auch schon mal ein bisschen wieder zurück das können gerne die Booster machen so so sieht alles ganz gut aus bis hier hin bis hier hin die neue Aerodynamik scheint halbwegs mitzuspielen das Haupttriebwerk ist jetzt erstmal aus zu ihr leiden vielen lieben Dank für deinen Sub Dankeschön jetzt kommt er aber ganz gut rum Booster die werden noch einen Moment lang brennen entwickeln aber mittlerweile auch ganz gut Hitze ich hoffe die fliegen uns nicht um die Ohren ich gehe jetzt mit auf Vollschub um die Rakete raus zu beschleunigen Booster sind leer na na jetzt sind sie leer und weg damit und weiter geht's Richtung Orbit ich würde das Nächsten jetzt mal ein bisschen oben lassen ja wir sind ein bisschen flach unterwegs just saying ok und weiter geht's auf die Nächsten Stage so ich mache Sparing auf sieht gut aus so jetzt werden wir uns ganz gemächlich in den Rest des Orbits hochschieben alles in allem sieht das schon mal sehr sehr gut aus die Geschwindigkeit ist auch schon recht gut da werden wir sogar noch ein bisschen Restsprit haben für den Start des Weges nach Minmus wir sind noch gar nicht aus der Atmosphäre raus so Deploy Secondary Base Start Live Support sieht gut aus Start Live Support sieht immer noch gut aus und Start Habitat ist am Limit aber funktioniert ok das heißt wir sind was das angeht safe da kommt es was wurde die Geschwindigkeit mit der Punkte generiert werden angepasst die Geschwindigkeit du meinst jetzt bei Twitch nicht dass es mir bekannt wäre heißt nicht viel aber ich weiß davon nichts so jetzt lassen wir uns hier ein bisschen driften so jetzt können wir mal die Umsteigerprozedur machen als erstes geht der Pilot rüber so und dann geht der ich überlege gerade traue ich mich das der macht den auf kein Stress was soll passieren oder oh Gott hat funktioniert so Crew Cups ist weg ich hab die Chatregeln versichert kann man die nochmal irgendwo nachlesen ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung sei kein Arschloch so und dann war es das eigentlich verhalte ich einfach wie ein ganz vernünftiger normaler Mensch und dann reicht das im Normalfall so ich bin mir nicht sicher ob das Müll in der Umlaufbahn ist es könnte Suborbital sein könnte muss aber nicht ah Suborbital potenziell also es wird eine Weile dauern aber das würde sich deorbiten genau sei anständiger als die Mons dann geht das schon so dann wollen wir gleich nach Minmus mal gucken vielleicht ergibt sich ein direkter Start das sieht eher nicht so aus Apo ist da hinten okay also mit so einer Ausrichtung zugehendermaßen verständlich werden wir Probleme haben aber so lädt er gut Strom auf das sieht auch schön aus so dann werden wir jetzt mal den Orbit kompletieren und uns dann Richtung Minmus auf den Weg machen so wir haben noch 437 Meter pro Sekunde mit dieser Kiste parat müssen wir noch mal schauen was ist hier was das kann alles gleichzeitig von mir aus Sachen machen wie mir bis später wir geben jetzt nochmal einen ganz kurzen Schub sobald wir auf der Apo Absis sind dann sind wir im Orbit und dann sehen wir mal zu dass wir die Kiste nach Minmus rüber transportieren und die erste Landung ausprobieren hatte ich eigentlich oh Jesus Christ wie wundervoll ist das denn ich glaube es liegt aber nicht an mir sondern einfach Default Vorbelegung sehr gut dann Schubrakete noch ein bisschen Kohle zurück sehr schön so dann kann funktionieren muss aber nicht dann machen wir hier kurz einen Angleich und dann legen wir raus das hast du alles verpasst wir haben eigentlich nur noch mal ein bisschen ich sag mal ein Security Check an der Rakete durchgeführt und ein Launch Escape System drauf gebaut damit es sicher ist die zu starten dann haben wir sie gestartet und bringen sie jetzt gerade das erste Mal nach Minmus oh Gott wie hell ist das eigentlich okay also man bemerkt auf jeden Fall wenn diese Rakete irgendwo ankommt aber sie haben den Effekt schon mal wegbekommen dass dass man den Planeten mit beleuchtet da bin ich sehr gespannt drauf auf die Landelichter das müsste ziemlich reinhauen mit den Riesenteilen okay das hier darf an sein und los geht's Space Disco so der nächste Follow wird die 3100 Follows voll machen wenn du also gerade zuguckst und eventuell eh schon mit dem Gedanken spielst diesem unglaublich sympathischen und intelligenten Kerl zu follow und damit meine ich mich das ist ein guter Zeitpunkt denn ich habe mich vorhin weit aus dem Fenster ich habe gesagt der 3100 Follows bekommt einen Sub geschenkt von mir das ist also deine Chance ein Monat kostenlose Emojis okay unfollow this is not how any of this works so haben wir das dann würde ich mal sagen hier so irgendwo gucken wir mal das noch rechtzeitig auf die Kette kriegen noch nicht ganz ein bisschen später bingo das war unterwegs okay start burn in wir hätten vor längerer Zeit anfangen sollen okay dann mal los f« »Meine Frage« »Mullwalk« 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 »Schönen guten Abend« in »Mullwalk« »Mullwalk« schlechtes Wetter, habe ich so das Gefühl. Wir sind viel zu spät gestartet. Egal. Das wird gleich noch. So, ein etwas längerer Burn heute mal, weil wir nur eine sehr niedrige Trust Rate Ratio haben gegenüber der Kerbin Anziehungskraft. Ist nachher nicht mehr so relevant, wenn wir auf Minmus unterwegs sind. Aber die Exit-Burns werden tatsächlich ein bisschen länglich. Ne, es ist vielleicht auch einfach keiner da, der es sympathisch genug findet. Da muss man auch mal mit leben können. Wenn man es reizt, muss man auch mit der Konsequenz leben können. So. Strom ist okay. Okay. Da kommt auch bald wieder Sonnenschein in unser Leben. Reicht eigentlich der Sprit für den Rückflug? Äh, ne. Deshalb fliegen wir ja zur Tankstelle. Oh, wir haben Moon Encounter mit dabei. Ach ne, erste Morbid danach. Oder. Tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck-tuck. Oh wait, ich habe glaube ich eine Sache bei diesem ganzen Betankungsding nicht geplant Ach ne, da ist Monoprop drin Na dann geht das ja Dann geht das ja Das wird sehr ineffizient Vom Winkel her Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach noch in den Orbit gehe Das Machen wir gleich nochmal Das wir kämpfen sonst zu sehr gegen die Schwerkraft Und brennen den ganzen guten Sprit raus Das wäre schade Aber wir benutzen heute mal den Knopf Der ist doch auch schön Einmal um das Körbe rum Oh man, Major Was für Probleme hast du eigentlich Also die üblichen nicht mitgezählt Ich vermute So 200 plus Gramm Aber da das nur Pferd ist Es ist nicht relevant Pferd ist nämlich keine lebenswerte Tierform Ich habe einfach Angst vor Pferden Weil die so groß sind Die Frage hinter ist ja Major Rechnest du Zehennägel, Haare Und Knochensplitter mit Oder Also rechnest du die mit In Fleisch rein Oder Ist das was anderes Ich denke, das macht gerade Bei den meisten Wurstfabrikaten Schon einen Unterschied Und ich glaube, da ist auch echt viel Wasser Und sowas drin Die Patsche auch sehr gut Da ist gar kein Fleisch drin Sonst würde sie ja Fleischwurst heißen Ich weiß nicht, ob Ob das Ich sehe Follows Aber Ich sehe keine Follow-Alerts dazu Ich glaube, das waren die Die, die jetzt tatsächlich Ein Re-Follow versucht haben Vermute ich zumindest Sorry Leute Streamlabs war zu schlau Oder kaputt Das könnt ihr euch aussuchen Ich werde natürlich keine Names droppen So, den Burn haben wir gleich durch Aber er sagt offiziell tatsächlich 3.100 Warum? Warum? Das ist jetzt schwierig Das ist jetzt echt schwierig Weil es gab zwei Follows Die haben aber kein Alert getriggert Wie gehen wir mit dieser Situation um, Chat? Also der Follow-Counter sagt 3.100 Also muss jemand dazugekommen sein Einer von den beiden muss dazugekommen sein Jetzt sagt er wieder 3099 Das ist mir völlig unklar, was hier gerade passiert Gaming for Gims Vielen lieben Dank für den Sub mit Prime Und ganz viel Spaß mit deinen Curble Emojis So, und wir sind gleich im Anflug auf Minmus Das ist auch gut Oh, schade, der Follow hat nicht geklappt Ich bin raus Wahrscheinlich schwank ich gerade zwischen 3099 und 3.100 Also für alle, die es jetzt probieren Es scheint nicht zu funktionieren Dass man unfollowt und neu followt Das erlöst kein Alert aus Und ich verlasse mich da dann auf den Alert Because I see what you're doing there Ähm, die Frage ist Wo kommt der 3.100ste her Der keinen Alert ausgelöst hat Ärgerlich Das ist jetzt peinlich Tja Da haben wir den Alert Pyro Command Du hast offiziell gewonnen Aha, kurz noch einen Account machen Hervorragend So, dann muss ich jetzt aber auch meine Sprüche einlösen Sekunde Ich lasse das hier mal kurz weiter schweben Das Raumschiff Wer Wer ansagt Muss auch machen So, 3.100 Follows Hochoffiziell Woohoo Party Ähm Lang genug auch drum gebettelt Also eigentlich darf ich mich gar nicht mehr freuen Weil Das ziemlich erbärmliches Betteln von mir war Trotzdem Löse ich natürlich Mein Versprechen ein True Command Hier ist Dein Geschenksub Und vielen lieben Dank Dass du mein 3.100ste Follower bist Laut Stream Alerts Plus minus ein bisschen Je nachdem Wie das so funktioniert So Jetzt geht hier aber Das Fliegen weiter Hup, hup Sehr gerne So Und natürlich auch Anladen Vielen lieben Dank Fürs Follow Und ganz herzlich willkommen Auch an dich Bei den Körbonauten Als mein 3.101 Oder Zweiter Follower Da ist sich Streamlabs mit Twitch noch nicht ganz einig Wir lassen das jetzt aber Einfach mal so stehen So Wir werden jetzt Eine klitzekleine Korrektur fliegen Um in einen Gesunden Orbit Zu kommen Der uns Ermöglicht Diese wundervolle Tankrakete Nachher Bei der Tankstation Auch einzuparken So Das sieht gar nicht so schlecht aus Bisschen höher Bisschen Leute 20 km Höhe Vorbeiflug Kann man schon mal machen Ja Das sieht Gar nicht schlecht aus Das sieht Nirax Bot Nirax So ist es ein bisschen Auffällig Was Du bist kein Sack Account Das ist schön Aber Der Nirax Bot Ist bestimmt Einer So Leute Ich denke es ist safe Anzunehmen Dass wir dann bis Ende Januar Die 4000 Follos Voll machen Oder Ihr habt doch Bestimmt Freunde Die auch Nichts zu tun Haben Ist quasi Für einen guten Zweck Nur mit Viel weniger Kosten Verbunden Äh ne Ich wollte Warpen Aber bis dahin Darf ich nicht Ach ne so Ist das Das ist das Manöver Ich Depp Ich möchte Hierhin Warpen Ist der Strom Stabil Ja Der will Er mich Wieder Überholen Oh bist du Bist du vor mir Major Bist du an mir Vorbeigezogen Ist etwas Übermütig Stell ich gerade fest Nein Oh du hoffst diese Woche Die 4K zu machen Okay dann Liebe Mods Mach doch mal ein Shoutout für den Major Spanker Und wenn der Liebe Major Ihr wisst Ich habe einen Promovertrag mit ihm Ähm Seine 4K machen will Dann solltet ihr da Jetzt mal rüber gehen Und ein Follow Da lassen Einfach nur um die 4K voll zu machen Ihr bekommt dafür nichts Aber seid euch gewiss Dass ihr einen sehr traurigen Sehr einsamen Aber wundervoll unterhaltsamen Mann Sehr glücklich macht Aber vielleicht schenkt er ihm auch einfach eine neue Mütze Der Bord ist unterwegs Hervorragend Achtung Achtung Triggerwarnung Manchmal ist er Mit Mikro an Mettbrötchen Im Im Stream Und manchmal meine ich Eigentlich jedes Wochenende Sag nicht Ich hätte es nicht gesagt Hatte ich das Hatte ich die Hatte ich die Die Dingsbums Äh Ja Hyde war auch Das war auch Ein ganz schlauer Move So RCS An Oh ne Das ist mein Triebwerk Da hat mein Mit Triebwerk So Jetzt können wir nachbessern Spricht da der Neid wegen dem Mettbrötchen Nein Ich habe nur mal Auf äußerst unangenehme Art und Weise Hashtag Youtube Äh In meinen Youtube Kommentaren lernen müssen Dass es Leute gibt Die nicht gut mit Äh Schmatz und Atemgeräuschen Klarkommen Ich bin mal Aufs übelste Beschimpft worden Auf Youtube Ich habe ja nun auch nicht Die ganz leiseste Atmung Auf der Welt Und äh Vielleicht habe ich damals Sogar noch mehr So diese Nachdenkgeräusche gemacht Ich mache die immer noch Aber es ist schon sehr viel weniger geworden Ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen Aber da bin ich mal Richtig durchbeleidigt worden Deshalb sage ich nur Es gibt ja solche Leute Und ich glaube Wenn die in einen Stream kommen Wo ihnen gerade ein Mettbrötchen Ins Gesicht gekaut wird Könnte es sein Dass die vielleicht einfach Einen Schlaganfall kriegen Oder so Das will ich halt keinem antun So Warp Exakt Hier Ich weiß gar nicht Ob ich den gelöscht habe Damals den Kommentar Ich glaube nicht Ich bin eigentlich nicht so derjenige Wie der solche Kommentare löscht Der hat mich wirklich getroffen Der hat mich richtig getroffen Mit der Zeit lernt man Dass das einem sowas egal sein muss Aber das war so Da war ich noch nicht lange bei YouTube Und das hat mir im Herzen weh getan So Gut Der ist eine Landestelle Aber das sieht gar nicht schlecht aus Dass wir Vielleicht können wir sogar Direkt zur Landung ansetzen So schnell dreht sich mit Muss dann doch nicht Oder 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 Wollen wir es direkt machen Ich meine wir können auch einfach Statt ein Orbit Eine Landung machen Zack So ungefähr da Bisschen Zeit vergeht ja noch bis dahin Dann kommt noch ein bisschen Abstieg Elf Minuten Ja da müssen wir wahrscheinlich sogar noch mal nachboosten Also ein bisschen später Lieber dann noch mal etwas mehr bremsen So Ja das stimmt Warum wird das als Sonder angezeigt? Weil das unbekörbelt ist Die Libelle Klaus-Dieter-Probe Ist halt eine Probe Das ist ein unbemanntes System Was dort unten Erz abbaut Und in Treibstoff umwandelt Also eine Probe Also das stimmt schon Während das hier ein bekörbeltes System ist Weil Irgendjemand muss so ein Gardena System ja auch ranstecken Der Fuel Transporter Ne der wird doch nicht als Probe angezeigt Der Fuel Transporter ist keine Probe Der ist eine Kapsel Hier Fuel Transporter Oben links Meinst du das hier Achso Weil eine Probe mit drin ist Deshalb habe ich Probe Control Also hier unten drunter Ist ein Probe Core Irgendwo Da So halb drin Dass wenn ich das Ding mal remote steuern muss Dann kann ich Es steuern Worum geht es in dem Spiel? Das wird jetzt überraschend kommen Hartunia Aber es geht um Raumfahrt Es geht darum, dass du Körbels hast Das sind diese netten kleinen Leute hier Ich gehe mal in die Innenansicht Die sind sehr glücklich Sehr klein Und du fliegst mit denen Im Weltall rum Also du leitest ihr Raumfahrtprogramm Und bringst sie Bei der Erforschung des Weltraums vorwärts Das Ganze ist hier jetzt ein bisschen heftiger gemoddet Also in der Basisversion Gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt hier habe Mit so Live-Support und solchen Sachen nicht Aber man kann sich das super, super weit modden Ansonsten ist es ein witziges kleines Spiel Um Raumfahrt zu betreiben Also wenn dich Space und Raketen interessieren Ist es ein cooles Spiel für dich Wenn du prinzipiell ein Problem mit Weltraum hast Oder Raketen dich optisch anbiedern Dann würde ich dringend davon abraten Wenn du Space magst Ist es ein ganz ehrlicher Tipp Und das ist überhaupt nicht zynisch gemeint Das Spiel, das du hättest vor 8 Jahren finden sollen Weil es super cool ist Aber man muss wirklich Space-Stuff dafür mögen Und ein bisschen Bock haben, sich damit zu beschäftigen Sonst lass es Wie lange dauert es noch bis zum nächsten Duna? Oh, lange 300 Tage, ein knappes Jahr noch Das Spiel ist Leben Das stimmt Aber, ich sag's ja immer wieder Nur dann, wenn man Bock auf so Raumfahrt-Stuff hat Das ist halt einfach so Hast du was verpasst, Mimi? Nee, du hast nichts verpasst Aber wir können mal gucken im Live-Support No name, Eddie Kermann Ich hab das ungute Gefühl Dass du nicht da bist, Mimi Oder wir dich übersehen haben Wir sollten das nochmal prüfen Weil ich weiß, dass ich dir noch einen Körbisch schilde Und ich war der festen Überzeugung Ich mach jetzt mal aus Dass ich den schon angelegt habe Wir werden das gleich nochmal überprüfen Mit dem Astronaut-Center Wenn wir hier mit der Mission durch sind Ähm, wenn der nicht da ist Dann musst du mich da dringend nochmal schriftlich dran erinnern Dass ich das sehr dringend nachhole Und meine Schande korrigiere Ah, mit June 2000 aufgewachsen Sehr schön Jetzt können wir ein bisschen reduzieren hier Ja, für Körbel gibt's halt, glaube ich Gibt's so vergleichbare Spiele Also es ist halt im Prinzip so ein bisschen Aus Blöcken Dinge zusammenbauen Aus Baublöcken Also du schaltest ja Raketenteile frei Ähm Aber ich kenne jetzt nichts so wirklich vergleichbares Mir wäre nichts bekannt Wo ich jetzt sagen würde Jawohl Das kann man mit KSP so richtig vergleichen Ähm Pfff, pfff, pfff Müssen wir noch ein bisschen runterbremsen Pfff, pff, pff 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 Genau, Physikstudium auf spielerischer Basis Auf jeden Fall Auf jeden Fall Das trifft's, glaube ich, tatsächlich ganz gut Man lernt ganz viele Sachen über so Weltraum-Stuff Die einem sonst vorher vielleicht noch nicht so zugänglich waren Und man lernt sie halt auf spielerische Art und Weise Was eigentlich ganz putzig ist Und die Körbel sind alle einfach auch witzig So Da nochmal ein bisschen gegensteuern Wir machen das jetzt mal in der Ansicht Weil ich weiß ja, was ich tun muss Dank dem Manöver Und da unten sehe ich auch schon meinen Landesspot Wir müssen ja nur nah genug ran So, wir können auch schon mal Licht anmachen Okay Vielleicht hätte ich Nur das untere Licht anmachen sollen So Hamster-Tornado Ich glaube, ich habe vergessen Danke zu sagen Für den Follow Vielen lieben Dank Für den Follow Und ganz herzlich willkommen Bei den Körbelnauten Und Basti Vielen lieben Dank Für den Gifted Zap An Hartunia Und Hartunia Ganz viel Spaß Mit den Körbeln-Modes Der erste Monat Ist immer umsonst Das gilt hier Und bei Heroin-Dealern Was? Ich glaube, wir sind ein bisschen Antiken Die zweite Lücke Mal gucken Das ist ja hier alles auf Minimus recht Recht entspannt Und So Was ein Vergleich Maybe Maybe So, Leute Jetzt Konzentration Fokus 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 In meinem Falle umsonst Gemeint war aber kostenlos Du hast also recht Aber Bei mir ist es tatsächlich umsonst Glaube ich So abhängig Macht Ksp dann doch wieder nicht So, Landebeine raus Wir bereiten uns Auf eine Landung vor Anflugvektor ist ganz cool eigentlich Ich könnte also so ein bisschen Den Vektor korrigieren Mehr als genug Sprit So Suicide Burn in 1200 Metern 800 700 600 Select 500 400 300 200 100 Und go Ist gut aus Wie immer Kalkuliert er falsch Vielleicht habe ich mich ein bisschen Verschätzt Ich muss mal ein bisschen Gegenarbeiten Im RCS So schnell So schnell Brennt er dann doch nicht Ah Wir werden ganz schön schnell Ankommen Oder? Ne Hä? Warum ist er so zu mir? Doch Ah Wir sind relativ schnell Bitte mach dich nicht kaputt Das war vielleicht Eine etwas ruckartigere Landung Als geplant Aber Saved Bei niedriger Schwerkraft Und Sehr starr Eingestellten Landegestell Ich glaube Die Struts Waren Auf Körbe Wäre das schief gegangen Nur um das nochmal Deutlich Zu sagen Um das Sehr deutlich Zu sagen So Wir müssen jetzt Mal ganz kurz Klären So Oh Nicht so viel Drehen So Muss ein bisschen Mehr ran Verde Aber Aber Wie Wir müssen Wo Wir müssen Wir müssen Wir müssen Ah, schlechtes Timing, schlechtes Timing, schlechtes Timing, schlechtes Timing, schlechtes Timing, schlechtes Timing, schlechtes Timing. Uh. Heute? Heute ist ein bisschen der Wurm drin. Ich arbeite dran. So. Das sieht gut aus. Da würde ich gerne. So. Volle Christbaumbeleuchtung. Wir kommen rein, Houston. Ah. Schlauch ist da, so. Ich hoffe, es ist die Seite mit dem Schlauch. Nein, es ist die Seite mit dem Ports. Oder? Das ist die Seite. Oder? Das ist nicht die Seite mit dem Ding. Das müssen wir kurz drehen. Das kann schon wieder sinken. Also. Langsam. Sehr gut. Wir müssen base. Yay. Genau. Ingenieur. Let's do this. So. Achso, ja. Das können wir mal ausmachen. Terminiert ist dein erster Einsatz. Unter schweren Bedingungen. Du musst einen Schlauch an der Raketen, an der Mining Rig anbringen. Oh, so richtig viel ist ja hier noch nicht passiert, oder? Spritmäßig? Spritmäßig? Irgendwie kommt der Sprit da unten nicht an, weil... Und der Grund ist... dass irgendwas nicht crossfeedet scheinbar. Aber ich hab doch den Knopf. Na gut. Dies ist eine Ingenieursaufgabe. Hey, Gwen. Du Tankonaut. Okay, irgendwas ist mit dem Tank-Setup nicht gut. Ich... Ich glaub, das müsste eigentlich funktionieren, aber wir bauen das jetzt mal um. Dafür haben wir einen Ingenieur mitgenommen, um gegebenenfalls eingreifen zu können. Das tun wir jetzt. Mal sehen. ... Das war's für heute. Bin ich da nah genug dran? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal. Wir werden dann sehen, ob das funktioniert. Ich würde ihn tatsächlich so rumdrehen, einfach um wirklich sicherzustellen, dass wir die Panels nicht irgendwie beschädigen. So, Erwartungshaltung wäre jetzt irgendwie... Aha, jetzt beginnen die sich auch zu füllen. Okay, also irgendwo hier zwischen scheint ein Crossfeed-Problem zu bestehen. Na gut, aber so lässt es sich ja beheben. Dann machen wir die Tanks eben da oben ran. Da könnte man auch tatsächlich nochmal neue Inflatable Tanks mitbringen, wahrscheinlich, um mehr Stellen dieses Fahrzeugs noch mit Tanks zu versehen. Oh, oh, ich bin geragdelt. Jetzt geht er wieder. So. So ungefähr, ne? So, mit O und ohne H. Ist das KSP-18? Ja, das ist die 181. Falsches Raumschiff. Richtiges Raumschiff. So, jetzt passiert hier auch ein bisschen was. Hilft uns jetzt natürlich nur sehr eingeschränkt, aber, also wir müssen jetzt halt ein bisschen warten, dass genug Sprit fabriziert wird. Aber wir können den Schlauch schon mal anschließen, das ist okay. Das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht, in Anführungsstrichen neuen USE. Diesen Ausziehbaren-Schlauch hier. Finde ich ein bisschen stilvoller. Nein, jetzt ist hier doch dieses Ding dran. Was ist denn los in meinem Kopf? Kann man das trotzdem connecten? Das wäre ganz cool, wenn das trotzdem ginge. Oh nein. Okay. Keine Panik. Auf der Continental-Titanic. Das Gute ist ja, wir haben einen Ingenieur mit dabei, um genau mit solchen Sachen arbeiten zu können. Bitte mach nicht das Kühlpanel kaputt. Cool. Pump den Treibstoff. Genau. Ich mache einfach vorne und hinten. Sehr schöne Idee eigentlich. Da muss man halt mal sich die Nase zuhalten. Ja. Tutsch, tutsch. So, die nehmen wir mit. Love Mercy. Vielen lieben Dank fürs Follow. Ich wollte wieder die alten Videos einschalten. Jetzt streamt er. Jetzt streamt er einfach. Das tut mir leid. Noch hot. Ganz herzlich willkommen im Livestream. Und Dadaxa. Vielen lieben Dank für 24 Monate. Resub. Du weißt, was dir blüht. Du weißt, was dir blüht. Wenn du willst. Wenn du willst. Blüht dir. Ein Mission Patch. Hatunia. Schönen Abend dir. Und guten Start in die Woche, hoffe ich. So. Jetzt können wir das wieder gräben, hoffe ich. Töchlich. Ja, Y. Ah, okay. Okay, okay. Können Sie bitte diesen Schlauch dort oben einschalten? Ich laufe hier mal durch Ihren Bohrer durch. Klingt. Okay. Wir haben eine Verbindung hergestellt. Hervorragend. Gut. Ich gehe mal wieder oben ins Raumschiff rein. Wir gucken mal. Wird mal entkommen. Die eine Sache, die wir noch markieren könnten, wäre. So. Hier ist die gute Seite. Das können wir mit einer Flagge markieren. Oder. Habe ich noch genug? Noch habe ich genug, Eva Problem, um Sachen nachzugucken. Ich überlege gerade was. Ob wir nicht eine Lampe hier lassen als Markierung. Ich habe keinen zugänglichen Das ist alles da drinnen, ne? Das ist wahrscheinlich zu schwer. Das wird wahrscheinlich zu schwer sein. Oh, 8 Tonnen. Das ist wirklich zu schwer. Na gut. Dann nicht. Nach 2000 Stunden KSP hat Robert die Lampen für sich entdeckt. Man lernt halt nie aus. Ich sage es immer wieder. Man lernt nie aus. Aber ich überlege tatsächlich, ob man hier nicht irgendwie nachher noch eine Bodenlampe hinstellt. Um den Einflugvektor ein bisschen zu beleuchten. Ich mache jetzt erstmal eine Flagge hin, weil die kann ich erkennen. Um den Anflug, damit ich auf der richtigen Seite lande. Weil jetzt sind ja alle Anschlüsse auf einer Seite. Also gibt es an dem Container nur noch eine gute Seite. Und die Flagge ist für den Daemon dann hoffentlich auch ein bisschen Punkte. So, ein Körbel mit Winkkelle. Das finde ich so geil in dem Trailer-Video, wieso die zwei Körbels mit so Winkkellen neben diesem Fusionsantrieb stehen. Stellt euch niemals mit Winkkellen. Stellt euch mit nichts in der Hand. Stellt euch niemals neben einen Fusionsantrieb, wenn es die irgendwann mal gibt. Tut es nicht. Ich habe mich ein bisschen lang gemacht. Einfach mal mitnehmen. Science ist Science. Take surface sample. EFA report. So, weil wir werden ja mit dem Sprit früher oder später an der Körbenraumstation sein. Alles wieder ordnungsgemäß verklappen. Sehr gut. Und hinein ins Vergnügen. So, dann können wir nämlich auch nochmal ein Crew Report machen. Dann können wir das nämlich abliefern später. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, Freunde. Jetzt gab es hier irgendwo so ein wildes Steuerungsinterface dafür. Open GUI. Die Libelle Klaus-Dieter möchte gerne. So, ich muss jetzt glaube ich einfach die Tanks das muss ich jetzt glaube ich aufmachen meine ich, oder? Ja. Ah, und hier draußen muss ich sie alle einzeln aufmachen. Nein. Die Libelle Klaus-Dieter. Wie man sieht, hat die noch nicht genug abgebaut für unser Vorhaben. Für unser Vorhaben. So, jetzt können wir hier nämlich Achso, man kann aber nur eins übertragen. Hervorragend. Und wir könnten vielleicht auch einfach Auto-Scale-Speed Mach das, mach das einfach selber. Sehr gerne, Triamann. Und moin, Jupo. Also, dann haben wir hier nämlich schon mal den ersten Schwung Sprit drin. Das Problem ist jetzt so ein bisschen, oder was dumm gelaufen ist, ist, dass halt einfach durch den nicht sauberen Cross-Transfer die die beiden aufblasbaren Tanks nicht sauber gefüllt waren. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Und das kostet uns jetzt natürlich Zeit. Aber dafür ist die Kiste eigentlich auch konzipiert. Wo ich gerade ein bisschen skeptisch bin, ist, ob wir Live-Support und Recycling in der finsteren Körbe Nacht beide laufen lassen können, durchgehend. Aber die gute Nachricht ist, wir können uns ja einfach Strom rausziehen. Das ist uns völlig egal. Wir können auch Strom übertragen. Wann kommt Teil 2 raus? Genau, das weiß man nicht. Ich hoffe noch 2020. Das Ressourcen-Transfert-Window Mikas kriegst du dadurch, dass du hier drauf drückst, Rechtsklick, wenn das verbunden ist und Open GUI drückst, dann öffnet sich diese GUI. Da kann man dann rumspielen. Also wir können uns hier jetzt mit Strom versorgen. Das Gute ist, hier drüben ist ein hier drüben ist ein Reaktor aktiv. Den können wir auch in der Nacht nutzen, um uns zu versorgen. So, jetzt werden wir mal gucken. Wir haben jetzt insgesamt 1000 und ein bisschen Liquid Fuel. Richtig, richtig. So, zack, zack. 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 So, ihr werdet jetzt erstmal gepinnt. Ich spiele jetzt ein bisschen mit dem Tank rum. Einfach, weil Gwen dann glücklich ist. Und dann haben wir auch ein bisschen Zeit, dass der produziert. Ihr seht, aber wir werden das jetzt hier zeitraffermäßig ein bisschen laufen lassen. Das braucht einfach seine Zeit. Zermedus muss dann eh noch einen Ausflug machen. So, wir zentrieren jetzt erstmal hier ein bisschen Sprit. Ist der schon mal voll. So, und dann war es das erstmal schon, oder? Mit den Außentanks. Jo. Könnt ihr nämlich erstmal wieder zugehen. Dann machen wir nämlich als erstes mal Oh, das war jetzt glaube ich falsch, oder? Ne, den habe ich aufgelassen, okay. Na, 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 na. Wie viele von den Dome-Tanks sind denn voll? So. Ein bisschen mehr als zwei habe ich so den Eindruck. Okay. Na, da müssen wir ihm noch ein bisschen Zeit geben, das Ganze hier fertig zu produzieren. Äh, genau. Das kommt entweder von USI oder von Kiskas Mod-mäßig. Das stimmt. Da habe ich da vielleicht die Frage auch einfach falsch verstanden. Wenn das anders gemeint war. So, Zermidis, du musst jetzt auch mal hier noch mal kurz ein bisschen draußen rumlaufen. Einfach, damit du deine Erfahrungspunkte bekommst. Uh. Dass du auf dem Minmus warst, tatsächlich. Obwohl das mitgelandet eigentlich sogar schon reichen müsste. Was sehr, sehr schön aussieht, tatsächlich ist hier der der neue Sternenhimmel. Der gefällt mir sehr. Guckt euch das an. Auch mit Reflexion unseres Lichterspiels im Helm. Wonderful. Okay. So. Ich habe Final Frontier. Ich habe Final Frontier. Aktiv. So, dann könnt ihr euch jetzt hier einen gemütlichen Kartenspielabend machen. Ihr zwei. Und wir gehen nämlich mal ins Space Center, weil der Spaß wird jetzt einen Moment lang dauern. Jetzt hier mal reingucken. Das Schöne ist, normalerweise ist das kein Stress, weil wir sitzen hier nicht daneben und gucken zu, wie das produziert wird, sondern wir greifen das aus den gefüllten Tanks ab. ist jetzt halt nicht so. Und deshalb machen wir jetzt derweil was anderes. Was das genau ist, gucken wir jetzt gleich mal. Ich hätte Bock auf irgendeine kleine Mission noch. Ich will heute nicht ganz so lange machen. Also ich peile heute eher so 21 Uhr, vielleicht 21.30 Uhr an, als 22 Uhr. Aber jetzt gucken wir mal, was da ist. Und wir gucken mal einmal ins Astronaut Center, weil ich muss für mich selber noch die Frage mit dem lieben Mimir beantworten. Weil ich hätte gedacht, wir haben den guten Mann hier schon drin. Bei den Toten ist er nicht. Bei den Assigneden ist er auch nicht. Und hier sehe ich ihn auch nicht. Mimir, ich habe dich vergessen. Er kriegt wohl noch einen Engineer hinzugefügt. Ich weiß sogar, was du für eine Klasse haben wolltest, weil ich habe das gelesen und habe gedacht, ich habe es dann auch gemacht. Offensichtlich habe ich es gelesen und danach nicht gemacht. Ich bin ein schlechter Mensch. So. Genau, Triermann, ich kann dir das mal zeigen. Du musst hier rein bei Kerbel Engineer, wenn du das immer haben willst. Dann musst du hier rein und dann musst du auf das Kerbel Engineer Fenster klicken. Bitte haben sie etwas geduld. Das Spiel lädt noch. Sobald du eine Rakete baust, kannst du dann hier mit dem Care Button, der jetzt hinter meinem hinter meinem Bild ist, aber meine Maus war hier, Care Button, dann kommt hier oben das Ding und wenn du hier auf Settings gehst, musst du das hier auf Partless stellen. Das ist ganz oft auf Career gestellt erst mal. Wenn du es auf Partless umstellst, dann ist Kerbel Engineer immer da im Meer. So. Jetzt gucken wir mal, was es hier zur Arbeit gibt. Also aktiv haben wir noch Duna Stone, Science Data from Space Around Duna. Die könnten wir noch erledigen, oder? Wollen wir mal zur Duna Mission rübergehen und Science Data from Space Around Duna holen. Irgendwas Lustiges. So, und Available ist Science Data from Surface of the Moon. Aber wir könnten mal Surface Deployed Stuff machen, ja. Gave her Surface Deployed Mystery Goo Observations Science from the Surface of the Moon. Das wäre doch mal was. Kombiniert mit Science Data. Wir machen eine Moon Mission. Science Data from the Moon. Dann können wir ein paar neue trainieren. Vielleicht haben wir auch noch Touris, die wir mitnehmen können. Drei Touristen, aber die bezahlen nur für den Flyway. Ich bin eigentlich nicht gewillt, denen eine Landung zu geben. Ne, das machen wir nicht. M700 Resource Scans Survey of the Moon. Das könnten wir auch noch mitnehmen, dass wir einen Scanner absetzen. Wie ist denn generell der Stand der eingekauften Körbels? Du bist mit dabei, Ewok. Du bist ganz unten irgendwo in der Liste bist du auch als Pilot mit am Start. Da stehst du. Also ich bin relativ aktuell. Ich glaube, ich hänge jetzt eine Woche hinterher. Das ist okay. Aber das heißt auch, wir haben hier einiges an Leuten... Wieso hast du drei Sterne? Was ist denn da schiefgegangen? Ich glaube, ich habe dich... Wieso hast du drei Sterne? Da ist irgendwas schiefgegangen. Naja, du hast drei Sterne. Herzlichen Glückwunsch. Und null Erfahrungspunkte. Du musst trotzdem Trainingsmissionen fliegen. Wir könnten mit dieser Vierer-Crew einfach unsere Moon-Mission machen. Ich meine, ich hatte da auch schon was, wo ich das letzte Mal Touristen mit geschummelt habe. Da war nämlich ein Pilot und drei Touris mit drin. Ich hoffe, dass das moon-tauglich war. Da müssen wir jetzt mal gucken. Wenn wir da noch eine Scanner-Probe ranbauen. Wenn wir da noch... Hallo? Der YouTube-Robot war auch in dem Sinne fleißig, dass er seine Folge veröffentlicht hat. So, Moon Flyby Moon Mission Moon Mission 1 94 Parts Sehr teuer. Moon Moon Rakete Irgendwas hier in dem Bereich muss es sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Node Irgendwas passt da nicht. Ah, okay. Shitty Das ist genau dieser Part, der schiefgegangen ist beim Upgrade. Überall wo Ich glaube, jetzt hat sich direkt das ganze Fab weggehauen. Nochmal zurück. Was hast du verpasst? Du hast verpasst, dass wir die Moon Tank Mission losgeschickt haben. Äh, die Minmus Tank Mission. Die steht jetzt auf Minmus und wartet, dass Sprit gebaut wird, abgebaut wird. So, wir nehmen jetzt mal die Multi Moon Mission könnt auch. Lädt jetzt gar keine mehr. Nein! Das scheint noch zu laden. Na? Will er mich nicht? Sonst müssen wir uns. Moon Moon Minmus Signs? Auch nicht. Moon Flyball? Okay, der scheint legitim zu erde. Das ist ein bisschen arglotech. Äh, Tourist Craft 1. Eieiei. Da hat es mir echt viele Builds zerlegt mit. Ne, okay. Dann bauen wir uns was Neues. Oder, oder was Minmusartiges. Minmus Lander 0,1 geht nicht. Das war auch recht basic, habe ich so das Gefühl. Okay, Leute, dann bauen wir es neu und machen nur die Launcher-Stufen mit ran. Schönen guten Abend, Ups. Und zwar, die Überlegung wäre, den Pandora-Port zu nehmen. Da kriegen wir nämlich unsere vier Neulinge mit rein. Dann machen wir auf den Pandora-Port einen entsprechenden Fallschirm mit drauf und ein Heatschild unten dran. Also der Plan war eigentlich nicht, das von vorne zu bauen, aber hilft ja alles nix. Okay, das ist der aufblasbare Heatschild. So, dann haben wir hier schon mal den Pot an sich. Minmus Moon-Mission 4-Körbel-Design draus. Wie bauen wir es? Wir können eigentlich relativ einfach bauen, denn wir brauchen keine unnötigen riesigen Nahrungs- oder Treibstoffvorräte. Ich würde hier ein Universal Storage Ding bauen, mit dem wir die meisten Sachen abfackeln. Da kann ruhig ein Fuel-Tank rein, ehrlich gesagt. Denn wir haben das große Glück, dass wir ja keine Habitation brauchen. Darauf will ich hinaus. Sorry, dass diese Aussage sich dann doch etwas länger in meinem Kopf hingezogen hat. Also, wir brauchen keine Habitation, denn wir fliegen nur zum Moon. Das dauert deutlich weniger als sieben Tage. Geht das hier rein? Das ist, glaube ich, nicht das, was ich will. Atmospheric, bla, was hat der? Nee, das ist der große Atmosphären-Scanner, den brauche ich nicht. Physical Science Unit nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Yes. und Atmospheric Science Unit nehmen wir auch mit. So. Dann eine Gui Unit. Und jetzt kann man mal gucken, was kann man hier noch so anstellen, wenn wir schon mal da sind. und wir können noch ein wo ist er denn? Habe ich den noch nicht gekauft? Wir schauen mal, was nötig ist oder was sie denn macht. so. Blended on the moon Okay, da ist noch da sind noch ein paar Optionen offen, habe ich so das Gefühl. Achso, at the moons vielleicht steht denn das? Ja. So, äh, Magnetometer. Warum habe ich denn das coole Magnetometer nicht freigeschaltet? Hätte ich nicht schwören können, ich habe das schon mal gehabt. So. Ich überlege, ob wir ein Orbital Telescope macht eigentlich wenig Sinn bei dem, was wir hier so treiben. Soil Moisture ist auch nicht unser Ding. Multispektral Imaging kann Sinn machen, muss aber nicht. Gorsat macht wenig Sinn. Orbital Telescope, ja. Aber der hat doch alles schon freigeschaltet, Leute. Warum sind die denn? Oh, ich habe ein bisschen Angst davor, die Duna Mission zu laden, ehrlich gesagt. Da sind doch die Sachen drin, oder nicht? Wie können die da drin sein, wenn ich sie hier nicht freigeschaltet habe? Das scheint auch irgendwie beim Update durch die durch den Mixer gegangen zu sein. Ich schalte die jetzt mal frei, weil das wird auf jeden Fall sonst zu Problemen führen, wenn wir nachher gleich mal zum Dings schalten. Eieieiei, da hat es ein paar Sachen gelockt, oder so, keine Ahnung. Oh ja, Gamma-Rays Spectrometer, das geht glaube ich auch unten, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, Magnetometer check, Crewport, können wir sowieso machen, Laser Surface scan, Why not? Ich will nur gucken, dass wir maximale Science-Ausbeute spielen. Okay, Leute, ich um Sachen drehen, ist nur so ein mittelgutes Spiel immer. Ne, das nicht, jetzt. So, das, Laser Surface scan, den müssen wir auch unten irgendwo anbauen. Ich klemm den jetzt erstmal kurz hier an. So, Laser Surface scan, Surface Hydrogen scan, das ist, blablabla, wo ist er? Da. Albedo of Neutrons, den können wir hier reinpacken. Surface Hydrogen scan, EFA report machen wir so, Temperature scan haben wir dabei, Atmospheric Pressure scan haben wir dabei, Mystery goo haben wir dabei, Gravity scan, Gravioli Detektor ist mit da, bei, ich glaube, da ist da mit drin, Gravity data, ja, check, Gravity scan, check, seismic scan, check, mit Trill Study haben wir, Surface Sample machen wir so, Drill Sample Drill Sample Das ist nicht der, das ist auch nicht der, ist es der, ist das Core Sample oder? Ist es der Exocardal Quadrille Ne, On Atmospheric Planets, der kann es nicht sein, der kann es nicht sein, muss ja der sein, oder? Drill Sample Ich muss mal Drill Das kann eigentlich noch, weil er würde mir den nicht anzeigen, wenn er nicht ginge und der hier geht nur auf atmosphärischen Planeten, also kann es nur Na, Na Was wiegt das Ding? Eine Tonne Seid ihr völlig offen? Ist gestrichen worden, das Experiment So Jetzt packen wir da noch ein bisschen Essen rein, einfach nur, weil ich meine Körbels mag und ich will, dass sie die paar Stunden hungern müssen, so, zack, und weil ich das Zeug halt habe, da muss man auch mal, da muss man auch mal nett sein, so, was passiert, was passiert? Dan Man, vielen lieben Dank fürs Follow, ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten, so, was wichtiger wäre, wäre eine zweite Batterie noch mitzunehmen und wir müssen jetzt mal gucken, wir haben hier nämlich noch eine Mission, die da heißt, Surface Deployed Mystery Observation Science Gedöns Heimer So Kann man das da rein, kriege ich das da, oh, das wäre sehr gut, ich wäre sehr glücklich, wenn das da rein passen würde, ein bisschen schieben und drücken geht das, glaube ich sogar, Ich mache da mal kurz ein Ferien drumherum, Leute, Leute, guckt euch das an, dann kann ich hier sogar Sachen reinstecken von den normalen Science Experimenten, dann brauchen wir nämlich ein Mystery Goon Experiment, wir brauchen ein Clown Station, ein Photovoltaik Panel und ein Mystery Gooting, dann können wir die Mission nämlich auch erfüllen, Check und wir machen hier am besten hier in diesen in diesen Bay rein, da passt die sehr gut rein, ich schiebe das noch an die richtige Stelle, hervorragend, dann haben wir hier noch Schönen guten Abend und gut, wir haben noch ein Feld frei, so Strom haben wir jetzt, 2000 Electric Charge, das wird eine Weile reichen, so was, so wo stehen wir denn jetzt essenstechnisch, damit können die zwei Tage überleben, so jetzt bringe ich mal kein Schwein und verdoppel ihre Ration, vier Tage können wir locker, fünf Tage sogar, können wir locker eine Rettungsmission zum Moon schicken, so was machen wir da jetzt noch rein, wir haben noch einen Slot frei, Leute, wir haben keine sinnvolle Wissenschaft, oh, ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich mache, erst mal husten, so, äh, ich mach so eine Experiment Storage Unit rein, da kann ich das alles an einer Stelle zusammenziehen und später abholen, das ist die verdammt beste Idee, ohne mich jetzt selber leben zu, loben zu wollen, lieben zu wollen, das ist die verdammt beste Idee, die ich jemals hatte, so, klein, kompakt, sexy, wie so ein Raumschiff halt sein muss, ähm, ja, den Mini-Satelliten würde ich gleich noch in ein eigenes Bay, glaube ich, machen, ich habe hier doch so Payload Bays, ich wollte schon immer mal so ein Payload Bay benutzen, ich weiß nur noch nicht, wie es funktioniert, muss jetzt nur gucken, dass ich die richtigen Sachen benutze, oder gab es hier nicht so Payload Bays? Das ist ja alles Container, gab es nicht mittlerweile auch ein rundes, ein rundes Payload Bay, Service-Modul, konnte es irgendwie aufmachen? Ja gut, äh, nein, das ist nicht, was ich suche. Und das hier natürlich nutzen. Ich hatte aber eigentlich eher an sowas, also im Prinzip an sowas nur halt in rund gedacht, ich hatte mir wirklich fest eingebildet, Payload, dann habe ich da wohl nachts von geträumt, dass es solche Sachen gibt, oder ich habe es einfach noch nicht freigeschaltet. Ich habe nicht gedacht, es gibt sowas, das wäre so schön gewesen. das Problem ist, ich kriege hier glaube ich eh keinen so kleinen Satelliten rein, oder? How small can we go? zack, lass uns mal gucken, ob das ginge, ach, ich muss aber, ja, man kann die Service Bay aufsprengen, aber, nee, 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 das machen wir ein bisschen anders. Also, das lassen wir erst mal unangefochten, zack, retract all Bays, alles ist super, Raumschiff, check. Jetzt, denken, 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 wie kriegen wir das optisch schön gelöst? so, das muss auch Moon landen und wieder zurück. Ich brauche mal groß, grob die Größe von dem Teil. Das ist schon nicht ohne, ne? Das ist schon nicht ohne. Da müssen wir uns auf jeden Fall, also so einfach so irgendwo reinpacken, wird eh nicht. Das Ding ist nicht ganz klein. Okay, lasst uns erst mal das Moon lande Problem lösen. so, wir haben jetzt 7,3 Tonnen Gewicht zu transportieren. Spark wird nicht reichen, außerdem zerstört er uns sämtliches Gehör. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Terrier ausreicht, ehrlich gesagt. 2,18 wäre okay. 2400 Delta V wäre auch okay, wenn es rein die Landestufe 600 landen, 600 wieder hoch, sind wir bei 1200. Zurück, ja, das wäre in Ordnung. Wenn das die reine, die reine Landestufe wäre. So, das heißt, das braucht noch Beinchen. White Landing Legs. Reicht uns das? Wir kommen wieder in diese Problematik rein, ne? Weil die relativ okay sind. It's okay. Nein. Reicht nicht. Aber wir könnten mal, wir könnten mal wieder ein bisschen The Kerbal Way of Life gehen, ne? Haben wir auch echt lange nicht gemacht. Einfach mal, einfach mal körbelig sein. So. Wo ist die Türe? Da ist die Türe. So, dann haben wir nämlich diese ganzen Probleme hier nicht. Dann können wir dann nämlich auch eine saubere Trustplate dazwischen packen. 1A Raumschiff. Und das 1A Raumschiff bekommt noch die Möglichkeit nicht vor der Türe, aber nebenan. Das ist ein Check. Sehr gut. Und auf der anderen Seite diese Experimente durchzuführen. Das ist ein Check. Passt. So. Dann könnten wir nämlich sagen, wir verpacken unser Problem eine Stage weiter nach hinten. In Richtung unseres unserer nächsten Stage. Ja, das können wir noch mal deutlich kürzer gestalten. So, jetzt wäre noch mal die Überlegung... Also. Ich weiß nicht, ob ich diesem Service-Module weit genug traue. So. Ich glaube, man kann es aufsprengen. Das Problem, was ich halt sehe, hier ist. Seht ihr, was ich meine mit das Problem, was ich sehe? Das Service-Module reicht mir von der Länge her nicht, um das Ding hier überhaupt drinnen unterzubringen. Also macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, es nach innen zu verlegen, weil ich... Ich brauche halt... Ich brauche halt den Sat. von diversen Zahlen da wird sich fachmännisch ausgeteilt über... ausgetauscht über Leberwurst. Oder einfach mit dem Ferrying. Hm. Not sure yet. Not sure yet. Ehrlich gesagt. Was wir natürlich tun könnten. Ich spinne jetzt mal rum. Ich spinne jetzt einfach mal rum. Nur so für Spaß, wie der Herr Läsch immer sagt. Wir nehmen auch das Große, glaube ich. Nehmen wir das Große. Ja, komm, wir nehmen das Große. Wir könnten natürlich sagen, unser Upper Stage sieht folgendermaßen aus. Das werde ich aerodynamisch richtig bereuen. Hm? Oder vom Shuttle die Bays? Jetzt hätte ich den Chat gelesen. Ne, ich habe es jetzt erst gelesen, wenn du das meintest. So, jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Okay, also er hat Sprit und er kriegt auch das hier crossfeed, oder? Ja, das sieht gut aus. Du kriegst aber nichts von hier oben gecrossfeeded. No. Okay, wir hätten dann, es sieht gar nicht so übel aus. Ich habe ein bisschen mit Schlimmerem gerechnet, ehrlich gesagt. So, wir hätten an Kirby eine Trust-Welt-Ratio von immerhin noch 0,5. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Und damit hätten wir die Möglichkeit, ein relativ großes Engine Bay zu befüllen. So, und das Ding hat 2341 Delta-V noch, ohne dass wir Satelliten reingebaut haben. Pa, 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 pa. So. Wie würde ich sowas bauen? Wahrscheinlich. erst mal so, dass ich... Das Problem ist, hinten wird ein Antrieb sein. Der Antrieb hat... Ich muss mal kurz was testen. So ein Antrieb hat... Blablabla. Nach unten kein Attachment Point mehr, oder? Oh doch, der hat nach unten Attachment Points. das ist... richtig schlecht so damit hätten wir den hier schon mal so jetzt brauchen wir noch fuel tanks allzu viel brauchen wir dafür nicht aber das ist gar nicht gut zu bauen hier in dem in dem bay drin so wir brauchen eine battery das müsste die kleine sein yes und wir brauchen probe core der ein bisschen inertia control mitbringt der hat 0 3 der hat 0 5 dann nehmen wir den hex hätte ich gesagt der flache ist zwar ein bisschen geiler nochmal aber der hat halt kein das muss ich nur gucken dass der richtig rum reinkommt ja also weil sonst wird es nachher mit dem kontrollieren ganz ganz eigenartig das ding holen wir noch mal frisch raus das habe ich verwunzt mittlerweile glaube ich da war da komm putzi find find your attachment point ich weiß du willst da ran come on zack riesen kapseln fast leer ja das hat einen grund warum ich so ein riesen abteil genommen habe jetzt sieht man nämlich den grund auch dafür das ding ist nämlich größer als man denkt sehr viel größer als man denkt so müssen wir noch aufpassen dass das hier nicht irgendwie noch rein glitscht das ist das jetzt genug sicherheitsabstand ich glaube ja so dann wir machen das über die kleinen glaube ich dann habe ich hier drin nämlich erstmal meine ruhe muss mich nicht groß drum ärgern so und Antenne 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 ich denke die kleine Hygiene sollte weichen oder da kann ich auch wo mich nahe bleiben So, und dann käme noch ein Roboter-Raushebearm-System, um das Ganze zu bewegen. Wir haben keinen so richtigen Greifer dafür oder sowas. Wir haben aber bei KISS-CAS so eine Art Cable-Hook. Cable-Placing-Telescopic-Joint. Ich habe, glaube ich, noch nicht die Teile, um mit einem Magneten oder sowas zu arbeiten. Nope. Habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Wie können wir das denn... Wie können wir das denn connecten? Wie können wir das connecten? Wie können wir das denn? Ich muss das erst mal so zurechtgedreht bekommen. Dann erkläre ich euch gleich, was ich mir darunter denke. Was wiegt das Ding? 9,8 Tonnen. Was tue ich mir eigentlich an? Das braucht aber ganz wenig Motor-Output. Nur dadurch wird es, glaube ich, leichter, oder? So. Traverse-Rate ganz langsam. Target-Angle 90. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Okay. Flugzeug wird das nur Flugzeug werden. Es wird fliegen. So weit lege ich mich schon mal fest. Es wird fliegen. So, die Überlegung wäre jetzt eigentlich zu sagen, mein... Ich habe so eine Art Pusher-Mechanismus. Nicht ein Kran, weil ich habe nichts, womit ich den Kran attachen kann. Das ist mein Problem. Die beiden Dinger auf eine Action-Group zu legen, weil die sind ja jetzt gleich eingestellt, um zu sagen, wenn ich... Was weiß ich... die Bremsen drücke, dann wird das... Offset-Maximum-Angle und das hier auch Offset-Maximum-Angle. So. Und dass die dann beide, die haben als Maximum-Angle 90 Grad mit einer ganz langsamen Traverse-Rate, weil die ja beide quasi... Ja, wir könnten aber auch Maximum-Angle irgendwo bei 45 Grad machen, glaube ich. Zack. Und dann quasi so ganz sanft die Sache raushebt. Nee, einfach so... Nur ein Dick-Kappler ist langweilig. Irgendjemand hatte das vorhin geschrieben, so mit dem Roboterarm. Das wäre eigentlich das Coolste. Also meine eigentliche Idee war zu sagen, hier jetzt mit den Robotics einen Roboterarm zu konstruieren, das rauszuheben. aber ich habe noch kein... irgendwie geartetes... Also hätte ich über Kiss-Cast jetzt schon Magneten oder so, die ich da anbauen könnte, wäre das, glaube ich, eine schöne Möglichkeit gewesen. Habe ich aber noch nicht, deshalb machen wir es jetzt erstmal ganz klassisch und trotzdem mit den Robotic-Parts nicht mit der Idee dann einfach zu sagen, wir geben dem von unten so einen kleinen Schub mit. Das Teil über dem Kerl mit einem Zylinder. Das Problem ist, dass es dann schon... Die Zylinder sind schon so lang. Also selbst die kurzen Zylinder stehen unausgefahren schon so weit raus. Deshalb hätte ich auch einen Zylinder erstmal am einfachsten gefunden. Aber dann guckt der halt, wenn ich den runter schiebe... Oh, da... Haben wir damit ein Problem? Ich glaube, damit haben wir kein Problem. Das können wir auch verkraften, dass hier verschraubt ist. Direkt einen Koppelpunkt setzen. Ausführt und abkoppelt. Ja, weil das Problem ist, ich kriege hier keine Docking-Ports drauf. Von der Größe her. Also ich habe das kurz geguckt gehabt. Ich hatte auch überlegt, irgendwie mit einem Docking-Port zu arbeiten. Aber wenn ich mir das mal so angucke, das sieht halt in jeglicher... in jeglicher Art und Weise schlecht aus. Ich würde es einfach so machen, dass wir ein kleines Pusher-System tatsächlich darunter haben. Das ist das da. Und dann wird der Satellit einfach entkoppelt und dann rausgeschubst. Auf ganz langsame Art und Weise. Fertiges Satellite-Employment. Tada! So, jetzt müssen wir mal noch gucken. Was sind die Dinger vielleicht? Ich würde gerne dafür sorgen, dass die da nicht rausgucken auf der anderen Seite. Das finde ich nämlich einfach ein bisschen hässlich. Wundervoll. So, hier habt ihr auch keine Berührung, oder? Warte auch, jetzt bist du... Bisschen zu nah dran. Das ist aber ein lösbares Problem. Gut, und auf der Seite hin zum Pusher-System ist auch nichts Wichtiges dran. Die Antenne ist auf der anderen Seite. Und, und, und... Genau, die Überlegung, können wir noch eine Passiv-Antenne machen? Ja, wir machen noch... Wir machen hier noch, passt auf, ein kleines Sicherheits-System. Hier kommt ein Relay rein. Vielleicht bauen wir das auch irgendwo anders hin, wo eben nicht direkt im Weg ist. Auch hart Unsinn, das da hinzubauen, aber... Haben wir irgendwas anderes, was Unauffälligeres, was Relayen kann? Der hat schon gedacht, das ist schon eine Relay-Antenne bei ihm selber auch. Aber wisst ihr was? Da muss die reichen. Da muss ich nur dran denken, die vorher aufzumachen, weil sonst wird es halt ein bisschen peinlich. Das Ding ist auch ein bisschen arg groß, ne? Ja. Kann fliegen, kann steuern, kann Strom generieren, kann funken, kann den Scan machen, wird unterwegs ausgesetzt. Klappe zu, Affe tot. So, dann ist das hier fürs nächste Mal unsere Moon Mission, die wir noch weiterentwickeln müssen. Und dann werden wir uns nächste Woche damit beschäftigen, zum Moon zu fliegen, diesen Satelliten auszusetzen und am Moon ein Mystery Goo Experiment aufzubauen. That's the plan. Satelliten auszusetzen! Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017